Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Kerbal Space Programme. Wie ihr seht, stehen wir hier schon gerade mit einer Spezialrakete heute da. Und diese Rakete hat genau einen Sinn und zwar ist da oben ein kleiner Satellit drin, den wir in die Sonnenumlaufbahn stellen oder schießen sollen. Und ich hab gedacht, ich tu diesen mal den selber bauen, weil es war relativ langweilig. Ich wollte schon ein paar Booster ankleben, schauen, dass er viel Druck hat. Weil wir schießen das Ding einfach senkrecht nach oben, da wird nicht viel passieren. Und ich hab gedacht, wir schauen jetzt einfach, was passiert. Also, 3, 2, 1. Ziel hinter der Rakete ist im Grunde, dass wir hier sehr hohen Schub haben. Allein jetzt schon 3,4. Und dass wir mit hohem Speed durch die komplette Atmosphäre durchballern. Ich glaube, wir können sogar ein bisschen weniger einstimmen, ansonsten haben wir zu viel Druck. Und dann eineinhalb höher. Wenn wir hoch genug sind, auf Vollboost gehen, dann schießen wir das in die Sonnenumlaufbahn. Ist jetzt zwar nicht unbedingt, sagen wir mal, die sauberste Variante. Das ist fast China-Style aktuell. Aber hey, wir sind jetzt schon fast auf 10 Kilometern. Aber fast, ihr seht schon, wie schnell wir eigentlich sind. Und wir haben immer noch 3000 MS. Weil der erste Boost halt doch ganz schön ordentlich reingepfeffert hat. So. Jetzt auf 10. Ich würde dann, wenn wir in der dritten Stufe sind, würde ich einfach nochmal vollballern. Und dann können wir schauen, was passiert. Wir schießen höher, schießen höher. Und das soll einfach auch ein Deep-Space-Satellit sein, der vielleicht später zu Informationszwecken, Daten austauschen und alles dient. So. Drei, zwei, eins. Fünf SGV. Alter. Das Ding schießt hoch jetzt. Also wir werden jetzt richtig schnell doch diese Atmosphären-Schicht durchballern. Ich glaube, wir kriegen sogar, oh ja, wir kriegen sogar hierhin nochmal in Flammen aufzugehen. Aber weil wir auch fast 1000 Meter pro Sekunde schon drauf haben. Ihr seht schon, der Orbiter vergrößert sich. Wir sind jetzt schon bei fast 200. Wir sind jetzt 200. Das ist der ganze Sinn dahinter. Das soll einfach durch die obere Stage durchballern. So. Jetzt ist das over. Wir haben jetzt fast neuner. Und jetzt sind wir bald beim dreier. Beim zehner. Und ich glaube, beim zehner wäre es richtig heftig. Elfer. Wow. Bis zum zwölfer Komma. Wow. Okay. 13. Okay. Und. Ballern. Der schießt jetzt noch weiter raus. Ihr seht schon, wir sind jetzt. In einer Umlaufbahn. Oh fuck. Ah, das hat. Alter, das hat ja richtig gut funktioniert. Ey, das war nicht mehr so geplant. Okay. Abdocken. Abdocken. Wir haben rein theoretisch hier noch 700 drin. Jetzt zeige ich euch mal, was wir hier kleines haben. Das ist wirklich ein mini kleiner Booster im Grunde. Oder ein kleiner Satellit. Das ist ein einziger Sinn ist, wirklich gute Kommunikation aufrecht zu halten. Kombinierbar. Da müsste ja das rein theoretisch auch kombiniert sein, ne? So, und der ist relativ manöverbar, dadurch, dass er hinten ein fettes SS auch verbaut hat. Er hat ein bisschen, warum ich auch, warum auch immer, der ist so 700, ach so, wahrscheinlich, weil ich hier hinten den SS-Tank all angebaut hab. Aber ihr seht schon, es ist relativ groß und kommt gut zurecht. Und wir haben natürlich einen coolen Orbit jetzt dann. Und ich glaube, da kriegen wir coole... Ach, wir kriegen ja keine Forschung, ne? Aber für mich ist das eh eigentlich eher so ein Kommunikationssatellit. Satellit. Und ich würde halt immer in regelmäßigen Abständen jetzt so einen hochschießen. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht auf den Videos drauf machen. Und die sollen einfach bestimmt cyclen, in bestimmten Modus. Immer um die Planeten rumcyceln. Und halt dann in Zukunft, äh, gute Funkverbindungen auch zu haben, wenn wir weiter im Weltraum vorstoßen. Mit unseren großen Techniken. Und falls wir halt mal wirklich hinter der Sonne sind, brauchen wir solche Geräte, die dann halt umleiten können. Und deswegen ist dieses kleine Stückchen hier auch. 31 Schübe kann das rein theoretisch auszunehmen, um sich anzupassen. Aber jetzt ist es eh auf dem besten Weg abzuhauen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die Richtung einschießen, wird es größer. Aber natürlich, also das kommt auch drauf an, wo wir gerade starten. Das ist alles halt natürlich lustig. Jetzt tun wir halt es anpassen. Und der schießt halt doch mit großer Geschwindigkeit auch aus. Das ist ganz schön ordentlich, du. Aber es schaut süß aus. Ich finde, das ist halt so ein... Schaut eher so aus wie so ein Periatenschiff schon fast. Da oben die Segel. Das ist der Körper. Und das ist, ja, Ruder. Ansonsten dreht man so um. Hat man unten die Teile hier und hier oben den Kopf. Der kann halt T-Mildried-Daten noch nehmen. Oh, guck mal, Dick. Wir können T-Mildried... Oh! Guck mal, wir haben Punkte übersehen. Wann das denn? Gut zu wissen, dass ich Punkte übersehen habe. Hä, hä, hä. Scheiße. Aber gut zu wissen. Und jetzt kann der das halt auch direkt weiterfunken rein. Der hat T-T-Z-Rein-Funken, oder? Ja, nee. Aber ich brauche jetzt... Jetzt muss ich wieder rausfinden, wo ich da... Wie ich da... Die Daten rein kann. Daten, hier. Er tut es eh wahrscheinlich wegschicken, oder? Hä? Er kann die doch abschicken, oder? Daten übertragen. Jetzt das. Jetzt hat er die Daten zu übertragen aktiviert gehabt. Daten werden hochgeladen. Können wir ein bisschen vorspulen vielleicht. Dann sieht man eh, was passiert. So. Er überträgt die Daten. Jetzt werden sie rausgeschickt. Und wir entfernen uns langsam. Da hinten sieht man noch den Booster, der da fliegt. Und er ist dann langsam die Daten abgeschickt. Da haben wir jetzt drei Telemitier-Daten gewonnen. Und das Ding schießt jetzt halt einfach straight raus. Alles, was das macht. Oh, Sonnenfinsternis. Und ja, schauen wir doch mal. Währenddessen können wir eigentlich mal... Wir haben hier noch in der Umlaufbahn natürlich unsere Sondoras auch ziehen. Wechseln zu. Unseren anderen Kleinen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Hö, 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 hö. Den wollten wir ja auch rausschicken. Der hat immer noch... Oh, der hat immer noch eh relativ viel guten Boost. Ja, das ist unser anderer Satellit. Ein bisschen größerer Satellit. Aber wir haben viele kleine jetzt auch unterwegs, wenn es so sagt, ne? So, schauen wir doch mal auf unsere erste Gartower-Karte. Mann, Milmus, Moho und Eve. Eve waren wir aber schon. Duna waren wir auch. Dres. Dres würde sich ausgehen. Joule nicht, Ilo nicht. Mich würde ja Moho interessieren. Wann ist denn da Time to Bird Duration? Ah, es sind 114 Tage. Okay. Würde ich aber trotzdem schon mal eintragen. Kann ich den Manöverpoint hier in unserer... Ach, guck mal, wir haben hier sogar noch ein paar rumliegen. Aber kann ich hier add... Maduva, Alarm. Time to Node, add Alarm. Hier, Sundoras ist in 114 Tagen. Also es ist eh der nächste Schub, der kommt. Duna wäre in einem... Ja, Duna braucht noch eine Ewigkeit. Was ist ja noch in der Nähe? Ilo rein, theoretisch. Aber dafür brauchen wir auch was Größeres. Aber es ist ready. Der Schub hier unten, ja, kann auch noch gesehen werden. Wie lange schieben wir da? Schub seit 2 Minuten. Ist natürlich heftig, du. Ist natürlich heftig. Aber, hey. Das Ding kommt zu... Zu Ding. Zu... Zu Moho. Das ist doch schon mal etwas. Und da kriegen wir dann neue Daten. Und dann schickt der das zurück. Das wird spannend. Wir tun jetzt überall kleine Satelliten verteilen. Das wird perfektos. Aber, ich will jetzt auch mal gerne mal wieder zu unserer Man-Station schauen, wie der aktuell... Der Stand eigentlich ist, Alter. So, Man-Station. Hier, wechseln zu. Unser am läggigsten Gerät hier. Was habt ihr denn? Die sind ganz schön nervig teilweise. Das muss ich schon zugeben. Aber lustig sind sie trotzdem. Lustig sind sie trotzdem. Wir hatten unsere... Ah, stimmt. Wir hatten... Wir waren fertig, ne? Mit dem Testflug. Wir mussten irgendwas noch anpassen. Irgendwas zum einen... Ah, wir sind hier auf der dunklen Seite des Mondes. Was ist denn das für ein roter Punkt? Aber ihnen scheint es ja alles noch gut zu gehen. Das ist natürlich... Perfekt. Was steht hier? Carbon Dioxide. Okay, ja. Der Strom dauert 57 Minuten. Der Rest sieben Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre. Okay, das ist eigentlich... Vollkommen perfekt, so wie das ausschaut. Wie viele sind hier aktuell drin? Zwei... Vier... Fünf... Sechs... Sechs Leute sind aktuell in der Station. Die ist aber noch perfekt im Zustand. Nice. Welche Booster sind denn das? Hast du was gehört? Ach, die gehört zu dem kleinen Teil hier unten. Ja, das wird es nicht unbedingt weit boosten können. Nicht unbedingt weit. Gut, aber die Station, der geht es immer noch gut. Das ist wichtig. Immerhin gehört die zu einem unserer wichtigsten Dingern. Aber was ist das, was wir jetzt machen können? Wir haben hier den Spacelander Dragon... Was zur Hölle war das? Und war es wichtig? Ich wette, es hatte irgendeinen wichtigen Grund, warum das da war. Aber wieso, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist problematisch. Hm. So. Ah, das waren die. Oh ja, stimmt. Den hatten wir auch noch. Euch hatten wir ja auch noch. Ihr müsst ja auch noch... ...geliefert werden. Da war was. Oh oh. Oh oh. Fug! Ach, leck mich doch. No. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Aber können wir den Booster... Ist der noch steuerbar? Da müssen wir jetzt beides didocken. Da müssen wir das nochmal... Oh fuck, darf ich den ganzen Scheiß von vorne starten? Aber wenigstens muss ich beides... ...aus der Atmosphäre ballern, weil ansonsten haben wir ein Problem. Die zwei leeren Länder da oben rumliegen lassen, ist auch nicht unbedingt geplant. So und jetzt hauen wir mal da voll seitlich gegen, damit die schon zum Spinnen anfangen. Ausweichmanöver. Adios. Ich hab Scheiße gebaut. Mann, jetzt bin ich echt wieder an die blöde Leertaste gekommen. Warum liegt denn das M auch runter über der Leertaste? Verdammt nochmal. Jetzt fliegen die halt beide Richtung Boden. Hallo Boden. Wir sind zu schnell. Hui. Musik Instant Stop. Baff. Und da sind die anderen Sachen eingeschlagen. Ja, da ist nix mehr. Ist weg. Buff. Gab uns. Ähm... So, Weltraumzentrum. Ähm... Außenposten Minmus. Ob das ne Idee wär? Wir waren auf jeden Fall lang nicht mehr auf dem Minmus. Jetzt ist die Frage, was für Punkte hatten wir da? Beziehungsweise was für... ...Forschungen hatten wir abgeschlossen und was für nicht welche, ne? Das macht viel aus jetzt. Lohnt es sich denn zurückzugehen oder... Hm. Wir haben unseren Rover noch auf Duna. Und wir da einen Helikopter hinschicken sollten. Das ist immer so ne Frage. Also rein theoretisch sollten wir auch mal überlegen über das Landessystem und das Startsystem von Duna. Wie wir das am besten handeln wollen. Oh, was liegt da hinten noch? Ich glaub, dass irgendwas abgestürzt war. Was ist denn wir da nochmal abgestürzt? Ich weiß nicht mal mehr, was das für ein Name war. Xento, Philipp, Planer, Planer. Warst du ein Flugzeug? Explorer Space Shuttle? Space Shuttle? Oh, nee, nicht schon... Oh, nicht schon wieder. Schreibt das mal nicht. Irgendwann geht... Einfach... Ich hatte den Trick irgendwie, wie das funktioniert. Repair all buildings. Nee. Wie war denn das? Irgendwie hab ich's geschafft letztes Mal, dass ich das trotzdem weiter... Na, ist wurscht. Dann seht ihr wieder den ganzen Spaß. Aber Leute, es ist eh vorbei. Ich hoffe, es hat uns gefallen. Wenn ihr alles unbedingt den Daumen nach oben da... Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 . Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.